Das ist natürlich klar. Aber bis es soweit ist, kommt hier natürlich noch die letzte Damietung der offiziellen Veranstaltung. Und zwar handelt es sich hier um ein paar junge Männer, die letztes Jahr in die Türkei gefahren sind, um ein paar Ü einzukaufen. Im weitesten Sinne ist diese Gruppe dem Zugvogel zuzurechnen, wenn ich das richtig sehe. Aber auch ein Schirrkirchenpreiskandidat ist mit dabei. Ohne Mütze. Also mit einer anderen Mütze zumindest. Ja, ihr wisst schon, was gemeint ist. Wie auch immer, Türklülü. Applaus. Ja, letztes Jahr sind wir euch auf Wecker gefallen, weil wir noch in die Türkei fuhren. Dieses Jahr waren wir schon mal da. Also letztes Jahr sind wir hingefahren. Wir haben zwei Lieder ausgewählt, wie das immer so ist. Zuerst müssen wir uns einmal entschuldigen, dass wir euch immer noch mit den urdeutschen Instrumenten, Gitarre, Akkadeon und Thüringer Waldzitter mit türkischen Liedern kommen. Das ist dem geschuldet, dass die Instrumentalisierung doch ein wenig hinkt. Ich habe zwar eine Balama seit einem halben Jahr, aber das ist auch ein schöner Wandschmuck bisher. Meine Frau hat mir aber Unterricht geschenkt und ich glaube Besserung. Ja, das erste Lied ist von einer türkischen Legende. Es ist von Baris Mancu. Der kommt nicht aus der Manchurei, nein, das hört sich vielleicht so an. Aber das ist so ein optisches Zwischending zwischen Peter Maffay und Stefan Petri. Kommt irgendwie ganz gut hin. Wer möchte, kann sich das mal im Internet oder YouTube angucken. Das ist wirklich sehr lustig. Aber dieser Baris Mancu, der hat sich als einer der wenigen Türken wirklich an allen Stilrichtungen vergriffen. Der hat also Rock'n'Roll geschrieben, der hat ganz klassische türkische Lieder geschrieben, war in Zipp-Formation unterwegs, er lebt leider nicht mehr. Aber jeder Mensch kennt ihn und dieses Lied, was wir euch präsentieren, ist sowas wie die türkische Nationalhymne für jemanden, der klassische türkische Musik mag. Es heißt Dalar Dalar, das bedeutet Berge, Berge. Und es geht, auch wenn das jetzt für die Türken ein besonderes Lied ist, um das gleiche wie in allen türkischen Liedern. Es geht um Liebe, um Berge, um Frauen, die man nicht kriegt, aber gerne hätte. Und natürlich wahrscheinlich auch um kein Brot oder arme Kinder oder irgend sowas. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Lied. Dalar Dalar. Boah, ist das wahr. Ist eh nicht weinend. Ja. Ja, ja. Boah, ist das wahr. Ich hab auch. Vielen Dank. 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 ... 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